Utsen, utzen, utzen, wo gehen wir hin, wo gehen wir hin, wo fliegen wir rein? Putsen. Ah, jetzt kam wieder normal an. Normal zum Glück. Wollen wir Lonely Lodge? Wollen wir mal zu Crazy Grove oder so? Lonely Lodge? Zu Crazy, Crazy Dove. Lonely Lodge. Lillilich. Tony Totsch. Ich warte noch ein bisschen. Klondoliy Lodge. Ich springe immer erst raus, wenn die umgenauern ... ne genau von der Seite vom Bus sind. Busch? Jetzt. Damit ich genau gerade außen bin. Ding 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 ding. Du bist ein Ding. Feine Oma. Das ist noch nie meinander auf der Karte. Nimm mal dann da. Gitter Row geht eigentlich auch fast nie einer. Wollen wir hin? In der Hütte. Aber ich bin mal, drehe mich mal um. Ich sehe keinen. Da ist jemand. Ich sehe einen. Doch, ja, da. Doch, ja, sind welche. Was ist denn? Sind welche? Ich gehe auf den Schrottplatz. Da ist auch jemand. Deswegen gesagt, wir kommen zu Loni-Lodge, aber wir laufen durch. Wir laufen durch zu Loni-Lodge. 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 Attacke! Arschtacke. Arschtacke. Innsbrennschlumpf hier. Innsbrennschlumpf hier. Tom. Schlipper. Innsbrennschlumpf. Arnisch. Herr, ich habe ja das auch so tragischen seit Tagen. Das ist ja die ganze Zeit, denn es ist mit der Hunde und der Kiste. Seit Wüste. Holz. Eine Holz-Kiste. Warum ist eigentlich das Bauen bei Battle Royale anders und bei Rette die Welt? Das ist total kacke. Oh, ein Raschid ist so kitzig. Oh, eine wunderschöne Waffe? Danke. Da ist eine Kiste, da ist eine Waffe. Eine wunderschöne Waffe. Eine Kiste, eine Kiste, eine Kiste, eine Kiste. Oh, ein Mini-Schildtränke, eine blaue Waffe. Oh, eine blaue. Hast du schon mal die Mini-Gun gehabt? Die hab ich auch schon zweimal gemacht. Ja, hatte ich vorhin schon, aber konnte ich haben geschießen, weil ich von der anderen Mini-Gun von dem weggeballert wurde. Ich hab zwar geschossen, er betroffen hab ich zwar gegen, aber geschossen hab ich gedacht. Geschissen. Zweite Kiste, hä? Ja, noch eine, aber was? Das ist ein Schiff, der hier um die Ecke war. Oh, noch eine blaue Waffe. Wow, jetzt hab ich zweimal die gleiche blaue Waffe. Jaaa. Das will ich aber nicht mit dem wegmachen, aber komm und die nächste. Zwei grünen, zwei grüne Pistolen. Ich hab gerade noch einigen gestellten. Die Mini-Schulzgröße, das ist halt nicht voll gestellten, was sind die Schlotzengröße, das ist ein Schotzengröße, das ist ein Schotzengröße, das ist ein Schotzengröße. Das ist ein Schotzengröße, das ist so. Mann, ey! Das ist ja ein bisschen warum so unterschiedlich Ich hab kurz Waffen sortieren Das ist voll scheiße Waffen konnte? Hallo, wird uns auch hier nochmal? Mensch Scheiße Zeit spiel ich auch mit einem anderen haben gar nicht gehen Aber weil die hier viel mehr Schaden machen Halbgas Hast du noch überschuldet? Ich bin noch am fluchen Da hast du die Kiste Ja, ich hör euch Ist da, aber ich weiß nicht Und das Chill-Trag hast du schon mitbekommen Lass, hast du den hier gekriegt? Ich hab den hier gesehen Oder? Ja, wohne ich wieder hin Wann kriegt der aber in den kleinen auch noch Wann kriegen wir erst den kleinen denn Oh Oh Hoppala Ja, war schon bezogen Ne, krass Hast du hier schon reingeguckt? Ne, so weit war ich auch noch nicht Mal die grüne Pampel Ja, was ist das? Jetzt haben wir mit dem Versionsgäste Ja, siehst du da Ah, jetzt bist du da Und ich weiß nicht Oh, blau Oh, hau Hutsich geloot Hast du auch schon ne blaue Waffe Und die sind ja noch schwarzen Einer, einer Zwei nach Fischens Ich hab aber nicht die Pumpkan ist blau, sondern... Ich hab ja diese Sturmgewehr im blauen Zeichen. Die hab ich im schwarzen. So, ich hab die Bratik, da geb ich dir noch so eine. Ich hab die zwei davon. Oh, krank. Juhu. Dankjuhu. Ich komm deswegen immer so durcheinander, weil ich rette die Welt, äh, äh, die Tastatur bei dem Bauen anders. Weil wenn du, ja, Kreis ist, klar, ne, weht's ja so aus. Aber dann, das Rüberswitchen ist, äh, ist ja hier mit R1 und L1 und bei Rettet die Welt ist es auf Dreieck. Ja, du kannst es wieder ändern. Auf die alte Steuerung. Ja, komm, komm, komm. Auf die alte Kanzel. Du kannst ja wieder die alte Steuerung reinmachen. Ja, aber warum ist das unterschiedlich bei den beiden Modus? Ja, weil es jetzt ein Kampf pro Steuerung ist. Du kannst es ja ändern, wie das Systemalsteuerung. Auch hier im Battle Royale kannst du ja. Ja, die im Battle Royale hab ich mich ja eigentlich gewöhnt, aber dadurch, dass ich jetzt gestern, die Rettet die Welt gespielt hab, hab ich jetzt nochmal auf Dreieck gemacht. Na, wie bei, dass ich die Welt nicht auf, auf diese Steuerung dann umstellen kann. Ich weiß nicht. Oh, hier magst du diese Bandage und ich kann keinen mehr tragen. Ich schon. Ich hab jetzt auch die 10er, aber wenn du kannst auch 15, kann man nehmen. Naja, ich hab ja 15, weshalb kann ich die ja nicht mehr nehmen. So. Ich hab jetzt 10. So mein ich glaub, die kann ich nicht mehr kriegen. Ich gehe mit viel, aber auch über zu den Dicks, das vielleicht hat auch keiner gewöhnt. Weil da gibt es nämlich immer maximal vier Kisten. Aber. Ja, aber ich gucke mal kurz in der kleinen Hütte. Ich hoffe, da ist jetzt keiner und überraschend bin ich. Die Mission ist hier. Aber ich bin jetzt nicht alleine hier drüben, ich werde gleich wegfallen. Ich höre einen. Ah, ja, hier ist jemand. Ich wusste es, ich wusste es. Ich höre jemanden nach zu wechseln. Ich bin ein Sniper. Wie du rumhüpfst, Alter. Oh, da oben. Hüpfst, Alter. Einen hab ich. Einen hab ich. Ich komm mal. Wie komm ich denn am schnellsten zu euch? Oh, hast du anscheinend beide, oder? Oh, ich hab... Der Name wusste nicht, ich hab einen. Ah, äh. Der muss noch bei mir. Nein, er tötet mit! Oh, ich lebe mich schnell wieder, ich hab nur noch... Ich hab ne Kiste gehört. Oh, oh, oh. Muss ich eigentlich gedrückt halten? Ich weiß es gar nicht. Da kommt jemand. Ich glaub, da kommt noch jemand. Hab ich das jemanden gehört? Weißt du? Egal. Penis. Hast du ein Medikid nehmen? Ich ne, ich hab nur Bandagen. So, jetzt hab ich bei meiner... meiner zukünftigen Stadt das Rathaus gebrannt. Was... ganz gut aussieht, find ich. Dann fändst du hier rum, ja, oder? Ja, warte, ich will noch mal rum. Hab mir... hab mir jetzt gerade... hab mir jetzt gerade Gedanken gemacht. Wegen der von der Frau noch runter. So, noch was? Ach ja, ich will nämlich die Abos austesten. Ich will seine Brüste austesten. Und auch, der ich Munition hat. Hallo? Abos. Nö, nö. Ist doch ne Pfeile, oder? Der hat die Dunder mit der Munition. Also sieben Stück in einem Magazin. Nicht sogar. Was für Maschisten. Hat auch so komisches Fizieren, Alter. Wie denn, Alter? Soll ich auch mal ganz ruhig? Was ist denn das? Ach du Scheiße. Ich bin aber auch so ein... Ach du Scheiße. Das ist... Das ist mein... Vor... Vor vor allem... Das sind Liebespfeile. Ja. Hä? Was ist das? Ich bin so flüggericht, oder was? Und kann ich mit mir abschießen, oder was? Das wäre aber auch cool, wenn man die mit dem Fall abschießen. Die können ich dann nicht mehr wegfahren, aber die blieben. Ja. I love you. Dann schießt... Dann schießt er deine Hände auf. So, ich hab ja auch keinen Schaden genommen, du. Hast du... Hast du einen Schildtrank, nö? Nee, gar nichts. Verklein. Ich hab nur Bandagen und der Rest Waffe. Bandlagen. Mein Ding doch. Mein Spiel hat ein Bild an einem deiner Kuppen gesendet. Warum machst du sowas? Hat doch keiner erlaubt. So, ich mein Rathauszeug. Safir hat mich nochmal ganz kurz eingeschrieben, hat nur gefragt, der... Das ist feierabend. Das ist ja scheißernd. Das ist ja scheißernd. Ja, die Safir ist ja okay, aber nicht wahr. Safir. Versuchen. Ich blick da mal nicht durch. Was? Weil du mal sagst, du stehst auf die eine, aber schickst mir einen Text von der anderen, verstehe. Ja, hab ich für's geschickt, weil was sie geschrieben hat, was Lara zu ihr gesagt hat. So, sie... Die Tickling. Ey, warum treffen wir uns? Ja, die Tickling. Dann fuchst du hoch, äh, lieber zur Zone. Ja, ja, ja. Dann wir müssen uns beeilen, das ist recht weit weg. Dann wird uns recht weit da. Wir sind uns weit weg da. Du fängst. Dann ist noch Holz. Wie viel Holz hast du mit dem? Oder wie viel Ressourcen allgemein? 438 Holz? 30? Und, äh, äh, und äh... Ich hab 538 Holz, 135 Steigen, 52 und so ein Trampfer. Papka. Alles denn abgeladen? Warte, unten läuft jemand. Papka Papka. Was bist du denn überhaupt? Sieht die gar nicht. Ich hab gerade einen Pfeil auf den Schießenden, weil er da nicht drauf ist. Tomaten-Taus. Ich bin der Akku. Der ist jetzt irgendwo da langgelaufen. Lass ihn erstmal. Lass ihn erstmal rum. Der ist nämlich gerade von Tomato Town da rübergehoben. Der ist hier in der Richtung rum. Wollt ihr hier sehen? Ist er alleine? Der sah alleine. Der sah einsam aus. Der könnte durch Tunnel kommen. Der könnte durch Tunnel gehen. 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 Da. Komm, wir gehen weiter erstmal. Versteck mich jetzt hier. Ach, scheiße. Der weiß auf jeden Fall, dass ich kein Schild habe. Weil er dich getroffen hat, ne? Du bist halt jetzt gewinnert, wo du kommst. Willst du nicht auf der anderen Seite gehen? Gegenüber hin? Genau, man da ist schon Munition. Das ist was Leiter-Munition, kann ich dir wieder geben. Kann ich mir auch holen. Ich hab's ja schon aufgesomt. Wir wollen weiter oder warten? Wir können auch mal ein bisschen im Sturm bleiben. Wenn er trotzdem mal hier irgendwo in der Truck oder irgendwas ist. Oh. Von hier links, da vorn. Ja, da oben baut sich niemand. Der war was. In der Luft. Von hier links bei 150, ne 160. 160. Klar, aber das nützt dir noch gar nichts, oder? Der ist ja gar nicht mehr in der Zone. Ja, ich laufe jetzt weiter genau in die Zone. Oder zu den. Da kommt zu mir ja gar nichts. Ich glaube, da auf dem Berg ist auch jemand. Es sind innen noch 10, ne? 10 Leute noch. Können alles 2er-Teams sein, oder? Das sieht ja gar nicht. Da ist noch ein Kind oder einen hat. Ich komm mal her. Er weiß man. O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Schmeiß nicht in der Rücken. Schreibt noch mal von links. Ah, da läuft jemand hoch den Berg. Pass auf. Okay, jetzt habe ich hier hochgebaut. Läuft gerade noch jemand hoch. Lacht, Leute. Ich brauche ein Schild dran. Mit Rüben, genau dem. Was? Schießt du? Sie macht aber überhaupt keinen Schaden. Ich kann nicht mehr schieben, ich glaube. Ihr snipet auf mich, Hilfe. Ihr snipet auf mich. Jetzt muss ich weiter in die Richtung. Ich glaube, ich muss mal weiter zurück. Oh, hier ist auch jemand. Nein! Appen! Uäh! Lagerfeuer! Auch es! Hallo, ich will ein Lagerfeuer bauen. Das ist vielleicht das Lager voll. Wenn ihr auch willst, kommt ja. Ich bin mit der Pampereinschuss in den Kopf gegeben. Ich bin mit der Pampereinschuss. Ich bin mit der Pampereinschuss. Ich habe hier eine Basis-Mädel. Ich habe mir auch was gebaut. Und dann habe ich auch mit dem Lagerfeuer aufgebaut. Ich bin mit der Pampereinschuss in den Kopf eingeladen. Ich bin mit der Pampereinschuss, ich bin mit der Pampereinschuss. Oh, jetzt kriegst du keine Ahnung. Lass uns hier ne Basis kommen. Ja, wir haben hier ein Kreuz gekriegt. Da drüben Bouncer mit Metall. Auch noch rüber. Oh nein, Racketenwerfer ist in der Marsch. Ne, wir müssen ja mal nachbauen, sobald du schießt. Man geht ja nur mit einem Schuss kaputt, dann kannst du da vorne fahren. Du kannst übrigens ne Wände durch die Treppe durchbauen. Oh, wir sind auch hier ab. Zur Glück. Der ein Glück, der ein Glück, der ein Glück. Da drüben die Leute sind tot. Angeschossen da drüben, der ist fast tot. Wieder gesprengt. Wir haben ein bisschen eingebaut und wir leben wieder. Ausgeschaltet. Gegenüber noch, ja. Wir haben keine Motionen mehr. Hast du noch irgendwie gute Motionen, oder? Ich hab auch fast keine mehr. Wo ist denn der andere? Der ist runtergeschritten. Da unten, baut er. Nein, von rechts! Oh, da. Von dem Turm da. Die Karten. Okay, clever. Bau mir was auf, oder soll ich nicht rüberkarten. Ich hab'n, ich hab'n. Dann, bau'n mal, bau'n mal 260 was runter. Ich hab'n, äh, ich hab'n rechts. Bandagen bräuchte ich dann. Oder wie geht denn das? Hast du noch Schilde oder sowas? Nein, gar nicht. Die letzten zwei, die pfuschen bestimmt jetzt. Gib mir schnell Bandage und guck' schnell. Äh, absetzen. Äh, absetzen. Guck mal schnell, ob die kommen. Ja, die sind vor uns. Nein! Ja! Ja!